Sorry, will sich da jemand noch hinsetzen? Nein, der Sitz bleibt leer. Krass, wer bucht einen Platz für das DSDS-Finale und erscheint nicht? Ja, eigentlich gehört der Platz auch zu mir. Ich wollte mit meiner Frau Jacqueline kommen, aber sie ist von uns gegangen. Und das ist auch das erste DSDS-Finale, bei dem ich nicht mit ihr sein kann. Wir waren bei jedem Finale, seitdem wir verheiratet sind. Mein Beileid, das ist wirklich traurig, aber hättest du trotzdem nicht jemand anderen einladen können? Ein Freund, ein Verwandten, ein Nachbar oder sogar einen Gärtner, weil die Tickets sind schon sehr krass teuer. Nein, die sind alle auf der Beerdigung. Es ist Big N mit seinem einzigen Sound.